Das Video dieses Mal, wir sind jetzt in Norberg und ich zeige euch die Stadt. Ich bin ein bisschen müde, wir haben sehr lange gefahren aus Berlin heute und wir haben nicht so viel gesehen. Aber ich hoffe es ist total interessant und ich kann an die Standort denken. Musik Das war's für alle. und ich hoffe es war interessant und bis nächste Woche.